Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer kleinen Folge Crap Game aka Squid Game für Arme. Bewertet sehr gerne das Video, schaut in die Beschreibung, da ist Zombie verlinkt. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch noch bei glp.tv slash shop vorbeischauen, denn da gibt es ein neues, tolles Bundle mit meinem Comic, meiner Unterschrift und einem Kalender für das Jahr 2022. Viel Spaß! Ey, ey, hör auf! Wir teamen doch erst mal am Anfang, oder? Ich hab gesagt, dass ihr alle dich auf den Seiten habt. Hast du? Die kranken Hilfe, was ist das denn? Die Schweine. Kann ich mal aufhören? Alles. Da geht's los. Head King, hold the head as long as you can. Also Hut so lange wie möglich halten und jemanden schlagen, um den Hut zu klauen. Okay. Oh Mann. Das sieht doch ganz schön aus hier. Mal schauen, hab ich nen Hut? Nee, oder? Doch, ich hab nen Hut. Ketos hat nen Hut. Ich hab nen Hut. Oh nein, ich werd so fokussiert wegen dir. Nein, jetzt ist hier jemand bei mir. Ja, er hat den Hut. Na toll. Ich hatte ne Sekunde. Bitte. Komm her, ich will den Hut. Komm schon. Ich klau dir den wieder. Jetzt komm! Wie er... Einfach... Ja, ich hab ihn. Okay, ich bin weg. So viel Score abgestoppt. Ja, ja, ja. Oh nein. Stimmt, es gibt nen Score? Ja, ja, oben rechts. Umso länger du den Hut hältst. Mhm. Ah, ich hab den Hut gar nicht mehr. Oh nein. Oh, ich hab... Ich bin alleine auf dem Turm. Hier kommt keiner her. Nein, bitte. Ich bin alleine hier. Bitte, komm her. Ich... Oh, ich hab so viel Punkte. Ich darf jetzt nicht sterben. Ja, ich hab ihn. Okay, alles gut. Du bist kurz vor der Regimierung. An der Wand ist so ne Tafel. Nein, 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 nein. Ich will den aber noch eineinhalb Minuten. Nein, nein, nein. Du hast noch Zeit. Ja, ich hab... Nein, hab ich wieder nicht. Oh Gott, gib mir doch den doofen Hut. Also ich... Auf Gebäuden sitzen ein paar Leute rum, die die ganze Zeit nen Hut haben und nichts machen. Ja, ja. Das ist immer so, weil so spielen. Ich camp gerade in der Ecke. Okay, ja. Ich camp auch auf dem Turm oben. Oh nein. Sobald einer hier irgendwie in die Richtung kommt, verliere ich meinen Hut. Nein! Was macht er denn? Ja. Ich will meinen Hut behalten. Oh, hier kam einer hoch. Ich hab runtergeschubst. Oh nein. Wo ist Kedos? Kedos braucht nen Hut. Kedos fliegt raus. Nein, 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 nein. Jemand hat mir meinen Hut geklaut. Komm, komm, komm. Jetzt gib ihn mir doch. Hä? Danke. Oh, Hilfe. Lass mir meinen doofen Kackhut. Da unten ist jemand am Camp. Ich hab's gesehen. Nein. Oh Gott, ja. Lass mich einfach in Ruhe. Ich bin gleich vor allem tot, weil ich immer wieder runterspringe. Ja, geil. Ich hab meinen Hut verloren. Okay, ja. Du hast ja viele Punkte. Hab ich? Nein. Leute. Oh nein, Hilfe. Ist das ein Stress hier mit dem Hut? Oh ja. Ja, ja, okay. Ich lebe. Da ist doch gerade wer geplatzt. Tide vorbei. Ja, Kedos ist geplatzt. Ah, okay, okay. Wir haben Kedos verloren. Oh, dann war das doch das Ende. Junge, was für ne Panik. Suchen und verstecken. Sucher müssen die Verstecker füllen. Man muss sie töten? Turns into ein Hider. Okay. Kedos ist hier. Kedos hast du überlebt. Okay, aber der war von den Punkten. Da, okay. Ich bin ein Verstecker. Run away in Tide von Musikers. Ich muss... Ja. Ja, Hider. Bitte lass mich, ja? Die Rotleuchtenden sind wahrscheinlich die, die mich suchen? Oh nein. Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe mich gerade einfach nur. Nein, guck doch nicht. Oh nein. Da liegt ein Toter. Okay, ich hab ne Ecke gefunden hinter dem Gebäude. Ich, ich hab auch ne schöne Ecke. Einer stellt sich da... Bist du blöd? Komm doch hier in den Gang. Oh nein. Warum, warum kommt hier keiner rüber? Ich muss doch einfach nur leben, oder nicht? Ja. Tad vorbei. Runde vorbei. Ich war halt so gut im Verstecken. Ja, ich auch. Ich stand einfach nur mit ein paar anderen Leuten rum und das war's. Was ist das? Fangeln. Müssen wir spielen. Ja, Tag-Player... Müssen irgendwie sonst... Und die Leute, die am Ende getaggt sind, die sterben. Okay, okay, okay. Mal schauen. Runaway, okay. Lauf einfach nur weg. Bin hier schön in der Ecke. Was ist das denn? Ist das ein Fahrstuhl? Ach, die haben einen Stock. Die haben den Stick. Oh nein, 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 nein. Ich bin hier in der Ecke. Ich bin hier in der Ecke. Oh mein Gott, nein. Kedos haut nicht. Kedos, warum? Warum haut der mich? Ist der blöd? Der ist ja komplett lost. Oh ja. Nee, dich hol ich. Dich hol ich. Du kleine Ratte, du. Du kommst jetzt schön her. Wo bist du denn eigentlich? Nein, nein, nein. Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Nein, nein, nein. Ja, ich dich auch nicht. Hallo, komm doch her. Der ist viel zu schnell. Da ist Kedos mit dem Stick auf. Ach, Malu. Ich schub's hin. Warte, ich schub's hin zu dir. Malu, ich schub's runter. Hab einen, hab einen. Tschüss. Oh Gott, lass mich. Die rennen mir doch wieder alle hinterher. Das ist so kacke. Dann werden wir uns umenennen sollen. Okay, ja, Hilfe. Oh Gott. Ich wurd getaggt. Hab dich. Tschüss. Bitte nimm mich nicht. Okay. Oh nein. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Hab ihn. Okay, okay, okay. Ich häng hier einfach nur. 45 Sekunden. Ich chill. Oh oh. Warum kommst du zu mir? Geh doch einfach weg. Ich muss aufnehmen. Oh nein. Ich muss aufnehmen. Ich muss aufnehmen. Bitte lass mich leben. Nein. Nein. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich spür das. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geh einfach nur weg. Okay. 20 Sekunden. Das wird sich haben wie eine Stunde. Versteck mich nur noch hinter dem pinken Block. Bitte nicht. Bitte komm einfach nicht zu mir. Ich bin so safe hier hinter meinem pinken Block. Ich gehe einfach nur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ja. Komm. Ja. Oh Gott. Der war direkt hinter mir. Ich schwitz so. Ich schwitz einfach nur noch. Oh Gott. War das anstrengend. Oh. Bomb-Tag. Let's go. Oh. Ja. Eigentlich immer dasselbe Spiel. Hab ne Bombe oder hab irgendwas anderes. Gib es wem anders. Die Bombe. Vielleicht explodiert den Bomben öfter. Ne. Glaube ich nicht. Alles glaube ich nicht. Ich hab keine Bombe. Perfekt. Fängt man mit ner Bombe an? Ne. Ist random. Wer ne Bombe hat. Ah ja. Da ist einer mit ner Bombe. Ich seh ihn. Ich sitz hier grad einfach nur in der Ecke. Aber jetzt ist ne Bombe explodiert. Ich hab's gehört. Hab ich gehört. Alles kriegt neuer random die Bombe. Nicht zu mir. Nicht zu mir Bomben-Typ. Bitte. Töt ihn. Oh. Er ist neben mir explodiert. Ja. Oh ja. Ich bin die ganze Zeit an derselben Stelle. Und sehe. Ah doch. Jetzt seh ich einen. Ich seh sogar den Bomben-Typ. Oh mein Gott. Nein. Nein. Dann lockt er nicht hin. Oh Gott. Bitte. Er sieht mich nicht. Er sieht mich. Ja. Sag mal. Ist das dein Ernst? Ich chill die ganze Zeit an derselben Stelle. Da kommt ganz am Ende einer und ich platze. Oh nein. Zau mal. Ja. Okay. Okay. Sehr schön. Lauf. 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 Du hast. Ah. Vielleicht noch zwei Sekunden. Ah. Perfekt. Okay. Acht. Acht Sekunden noch. Fünf. Vier. Peng. Was? Warum ist der explodiert? Die allgemeine Rundenzeit war wahrscheinlich so niedrig. Oh. Ja. Sieben Leute. Oh Mann. Ey. Wie viel Pech kann man denn haben? YouTuber-Fokus mal wieder. Dom. Time for Welt deserved break. Grab a snake. Stretch your legs. Okay. Hier kannst du mit Sicherheit auch Leute töten. Probier's mal. Ich bin sicher nichts Schlechtes wird hier passieren. Ja. Ihr könnt euch hauen. Warte. Haut. Zombie. Ich trau dem Braten nicht. Warum stehen alle ganz oben? Oh mein Gott. Die Lichter sind ausgekühlt. Wie in der Serie. Okay. Oh Gott. Wie gruselig. Ich hab von Bett zu Bett. Ja. Da war mich. Ich seh schon. Du hast einfach ein Rohr in der Hand. Ja. Ja. Töt ihn. Töt ihn. Rasier ihn weg. Ich seh nichts. Das ist eine coole Idee. Gib mir mal kurz Licht. Mach mal kurz Licht ans Spiel. Die halt nichts. Ja. Ich darf hier einfach am Rand lang. Ich hör. Ich hör andere. Da. Da. Oh ja. Da ist wer. Da war. Oh nein. Oh. 20 damage. Hast du ihn getroffen? Ja. Junge. Mach doch einmal das Licht an. Oh ja. Rasier ihn weg. Komm. Oh Mannes. Es ist so dunkel. Ein bisschen Licht. Oh ja. Oh nö. Keiner gestorben. Wie die anderen da oben auf ihren Betten gechillt haben. Ja. Klar. Der Zorbeck reiht sich ein. Small Color Climps. Äh. Auf dem Hügel. Ah. King of the Hill. Ja. Einfach oben drauf stehen und der, der zuletzt ist oben bleibt, der überlebt. Oder die Leute, die. Ist ja wahrscheinlich mehrere. Okay. Das sieht sehr lustig aus. Ja. Richtig am wegheken. Macht ihr auch Schaden, sodass ihr... Nee. Nee. Okay. Ah. Wer hat doch richtig weghe... Ja, dann kannst du eigentlich... Oder kriegt ihr kontinuierlich Punkte? Ja, wir kriegen kontinuierlich Punkte fürs Oben sein. Ah, je länger man oben bleibt. Okay. Das ist cool. Oh nein. Klatsch hier weg. Sehr schön. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ich hab mir richtig... Ja, das hast du. Ja. Du bist Zweiter, Erster. Ja. Du bist mit Abstand Erster. Oh, jetzt bin ich wieder ganz unten. Mhm. Du kommst hier gar nicht erst hoch, Junge. Zweiter bist du? Okay, vielleicht hätte ich dich triggern sollen. Immer noch Zweiter? Ja, sieht gut aus. Nur die letzten drei fliegen. Okay. Du schaffst das. Oh nein, Zambay. Geh wieder nach oben, bitte. Oh, leider. Oh nein. Ja, aber egal. Das war mein geheimen Trick. Bist doch Zweiter, alles gut. Alles tippitoppo. Oh. Boah, wie man halt immer komplett runtergekickt wird. Ja, aber egal. Du hast echt gut Punkte. Yo. Boah, was? Was war das denn? Ins andere Ende des Universums. Ja, die anderen holen auf, Zambay. Ich will keinen Druck machen. Okay. Dann mach ich Druck. Ja, du bist Zweiter, ist alles okay. Yo, Zeit vorbei. Wie sie einfach platzen. Splat. Verschiedene Teams. Oh, Team Game. Ach, Splatoon-mäßig. Man muss die Böden einfärben. Okay, okay, okay. Ich beobachte dich. Alle Kameras auf dir. Ja, das schaffst du. Oh, du hast blau bekommen. Sehr schön. Gute Wahl. Ja, siehst du, hast du die Technik gesehen? Ich mach zwei Platten gleichzeitig. Mhm. Sehe ich. Bringt aber nichts, wenn die auch die Wände noch einfärben. Oh, es gibt Wände. Okay. Ja. Die Wände sind wahrscheinlich das Beste. Das ist einfach nur... Oder das denkt jeder und alle versuchen, die Wände zu kriegen. Mhm. Ja, blau... Also, ich würde pink... Grün geht ab, ja. Geh mal auf pink. Pink, ja. Okay, hast recht. Ja, ich seh's. Bisher fliegst du. Ja, ne? Ich heb halt so viel ein. Ja, bist du alleine? Ich bin alleine, ja. Sind die anderen zu mehr? Ich weiß es nicht. Das hat gar keine Chance gerade. Wahrscheinlich, weil du nicht die Wand... Ja, genau. Geh mal nach oben. Mach mal die... Aua. ...wand. Ich hab auch 23. Ich hab genauso viel wie pink. Nee, du hattest 21. Ich hab mir schon 23. Brutes Licht, grünes Licht. Oh, Mann. Ja, dann lass doch mal rausgehen. Das will ich auch machen. Nee, ich will das jetzt... Er hat drei Leute noch, Manu. Ja, okay. Fängt doch jetzt eh neu an, dann gleich danach. Ja, warte mal. Oh, ich glaub, da sterben schon welche, oder? Nee. Nee, okay. Ich hoffe, jetzt wird geschubst. Schreibt einfach rein. Alter, man kann sie ja gar nicht bewegen. Also nur mal als Erklärung, wenn die Figur Richtung Baum gedreht ist, dann darf man sich bewegen, aber wenn sie dich anschaut, dann musst du stehen bleiben, sonst wirst du erschossen. Warum bewegt sich der eine nicht? Ist der irgendwie AFK? Nee. Hä, du... Ja, ich glaub, er gewinnt auch, wenn der andere stirbt, oder so. Ja. Die Landschaft komplett aus Muck ist einfach hier. Stimmt. Wie geil auch der Charakter da oben aussieht. What? Ja, ich glaub, das ist der für das Gesicht von dem Entwickler, ja. Kann sein, ja. Will das Feuerblitz schaffen. Oh nein. Oh Gott. Und der andere ist so weit weg. Er hat's, er hat's, er hat's. Und jetzt? Der andere, stimmt. Der andere kannst du auch noch schaffen. Oh, oh, Julex. Der hat dann auch eine Minute Zeit. Ja. Stimmt, warum denn... Oh. Was war das denn? Ja, dann. Gratulation, Feuerblitz. Du hast... Wie viel Geld? Wo sind meine Millionen, schreibt er direkt. Ja, wie viel bekommt er? 23 Millionen an Feuerblitz. Wow. Er ist so rich. Krasser Typ. Oh, ne ne Runde. Ja, die lobby halt komplett voll. Ja. Dann mal starten. Island, Stepping Storms. Oh. Manche in der Plattform sind fragil. Nein, manche können brechen, ja. Ja, dann warte ich. Wie geil ist das denn? Du musst die Serie gucken. Ich muss die Serie gucken. Ja, guck die Serie. Äh. Ah, ja, okay. Ja, gut. Die Leute, die hier vorgehen sind... Schubs sie, schubs sie rein. Schubs sie ins Wasser. Schubs sie ins Wasser. Mach ich. Schubs alle, die am Rand sind ins Wasser. Mach ich. Ja. Okay, erst rechts, dann links. Wie viele Leute da sterben. Oh nein. Jetzt haben sie es gecheckt, glaube ich. Ja, ja, ja. Schubs sie. Ja. Wie sie auf mich gehen. Komm mal hinter uns. Hinter uns. Siehst du? Ja, warte. Ja, ich sehe es. Ich sehe hier auch zwei. Ich habe den Afkarer runtergeschubst. Ich habe ihn ins Wasser geschubst. Ich auch. Äh, ja gut. Das können wir nicht endlos machen. Irgendwann müssen wir halt rennen, ne? Ja, ja. Wir haben dann... Oh, oh, oh. Ich bin fast runtergefallen. Da, der da. Ja, ja, komm. Ja, ja. Ich habe... Oh nein, ich habe ihn nicht. Der wird sich so rächen. Ich hätte ihn fast umgebracht. Besonders, dass die auf den Stein können halt auch campen. Ja, ja, genau. Genau das. Nicht schlagenzusammenarbeiten. Oh nein. Oh, Hilfe. Eine Minute noch. Also, ich sage mal, ab 30 Sekunden sollten wir eigentlich rennen. Oder 20. Ja. Also, bisher ist es echt nur irgendwie links oder rechts, links, rechts, links. Ja, zweimal links dann. Ja. Wie sie da nicht schubsen auf den Stein, ja gut. Aber wenn man anfängt zu schubsen, dann wird es halt echt kritisch. Ah, da ist jemand daneben gesprungen. Komm, komm, komm. Ah, verdammt. Ich wollte schon wieder wen töten. Ja, wir müssen zum Beispiel. Wollen wir? Ja, ja. Ich gehe drauf. Okay. Oh, ich komme jetzt. Nein. Ja, ich gehe. Ich renne. Ich bin einfach der Profi. Und schluss, du Lappen. Nein. Der hat dich geschlagen. Warum ist er denn nicht gefallen? Ich habe ihm noch eine mitgegeben. Oh, Mann. Kann man nicht, kann man die Runde nicht trotzdem neu starten? Für die Aufnahme? Oh, ja, Erz. Ja, kommt jetzt nicht eh nur einer weiter? Alter. Nein, 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 nein. Die, die rüberkommen. Zwei Spieler. Ja, ja. Was? Okay, das... Was ist das denn? Small Pre... Oh. Er klingt zu zweit. Toller Spaß. Der Block. Max gegen der Block. Ja, super. Toller Spaß. Wer hat den Hut am längsten? Oh. Krasse Moves von der Block. Oh, ja. Oh, er wurde weggejated. Ja. Max versteckt sich in der Ecke. Oh. Ja, der versucht, den zu outsmarten. Oh. Ja, er schafft es. Oh, der nicht outsmartet. Ja. Und jetzt einfach drehen. Oh, der wurde von der Mitteldinge gehauen. Ja. Oh, sich absichtlich davon schlagen lassen. Ja. Würde ich auch machen. Wer wird das wohl gewinnen? Hm. Schwierig. Einzuschätzen. Ja. Der eine hat doppelt so viele Punkte. Jo, der hat sich da hochgepumpt. Ja, das war's. Der Hund ist halt so komplett von Zweifel. Ja. Hä, du kannst du einfach eine Seite hoch? Er hat aufgegeben. Ah, traurig. Der dürfte richtig viel Geld jetzt bekommen. Für diese beiden Minispiele. Weil je mehr mitspielen, desto krasser. Ja, 42 Millionen. Jawohl. Kranker Typ. King of the Hill. Mit 40 Leuten. Oh, nein. Das ist ja der absolute Horror. Der Tour ist auch viel höher. Schauen die an. Ja. Hä, wie soll das denn jetzt aussehen? Weil da fliegen ja echt nur so die letzten drei raus. Ja, alles klar. Ich wurde halt so weit geprügelt. Alter. Ich hab keine Chance. Wie sollen wir denn da hochkommen, Zombie, wenn man so gefokust wird? Ich bin gleich oben. Ja, ich überhaupt nicht. Oh, hier ist einer. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Ich, ich hab, ich bin oben. Ich hab alle, ich hab alle runtergekickt. Ich hab ein paar Punkte geholt. Oh, ja. Okay. Nein, 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 nein. Okay, ich bin immer noch alleine oben. Oh, nein. Ich wurde runtergeschmissen. Ja, verdammt. Ja, ja. Aber ich, ich war sehr lange oben, glaub ich. Ah, ich wurde runtergekickt. Und schon wieder. Das kannst du vergessen. Aber ich bin weiter. Ich bin sowas von weiter. Ja, ich auch. Oh, ja. Mich hat jemand hochgejätet und wieder runtergejätet. Oh, ich hab so viele runtergeschubst. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Wo bin ich denn? Ich bin Zweiter immer noch. Ich bin mir das Erste? Wie das denn? Ja, minus erster Platz steht bei mir. Einen auch schön runtergekickt. Nein, nein, nein. Oh, oh, nee. Meine Jump'n'Run-Skills, die nicht vorhandenen. Komm hoch. Jo, was ist das für eine Leiter? Ja, okay, ich bin wieder oben. Komm, runter jeden. Ich hab... Verdammt. Ja, das war's. Ich hab 71 Punkte. Also, ich bin weiter, aber... Ja, ich bin ganz oben bei mir. Ja, verdammt, ja. Ich bin nochmal runter. Aber ist egal. Oh, schade. Ich war so eine halbe Sekunde... Als ob der mich da runterkickt. Ich bin immer noch Vierter oder Dritter. Cool. Ja, das ist der Vorteil, wenn man mit so vielen spielt. Du kannst eigentlich fast gar nicht verlieren, wenn du einmal oben warst. Einer kämpft halt einfach oben am Rand und geht nicht mehr hoch. Der schaut nur alle runter, die hoch wollen. Ah, okay. Ja. Ja, ich lebe. Alles gut. Peng. Erster steht bei mir. Ja, 74 Punkte. Ich bin ganz oben bei mir. Ich bin Vierter. Ja, sehe ich. Ja! Rotes Licht. Grünes Licht. Das wird ein Spaß. Bitte stirb nicht. Nee, mache nicht. Oh, das ist First Person, okay. Die Babygeräusche mag ich da hinten. Kann man sich hinter jemandem verstecken? Dürfte gehen. Ist zumindest in der Serie so. What? Das hat schon ausgereicht, dass jemand stirbt? Aber man kann sprinten. Ja, klar. Ich drücke immer Shift. Ja, ich bin auch nicht sicher. Wie viel darf ich mich denn bewegen? Rücken. Okay. Eigentlich nur einfach instant stehen bleiben, sobald man das hört. Ja. Und Rennen ist nicht mal nötig. Du kannst dir natürlich auch Zeit lassen. Ja. Die beiden vor mir, warum? Ich habe es gesehen. Da hat einer sich umgeguckt, deswegen ist er gestorben. Ah. Einer hat gerade nach hinten geguckt dabei. Okay. Oh Gott. Nicht springen. Ja, natürlich nicht springen. Wer springt denn in dem Game? Ich gehe einfach. Habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich kann Leute noch rauskicken. Ja. Ich habe ihn gekillt. What? What? Warum machst du das? Oh nein. Oh nein. Ah, das bist du. Dich hau ich nicht. Okay, wir beide uns nicht. Das ist... Wie lustig. Als ob das geht. Ich bleibe an der Wand. Ich habe einfach Leute noch rausgekickt. Das hat es aber gut angefühlt. Okay. Oh, Playground. Stick. Tagged. Okay, ich muss einfach nur Leute anklicken. Oh Gott, aber auf der kleinen Map. Ja, das ist nicht so gut. Das wird mein Ende sein, Leute. Tut mir leid. Oh nein. What? Aua. Okay, es hat nur zwei Leute am Stick. Ja. Ah, das bist du. Sorry. Wir Team erstmal. Da kommt wer? Da kommen zwei. Ich habe einen. Okay. Ich bleibe da oben. Ja, okay. Ich gehe auch nicht auf dich. Wir müssen ja das Squid Game gewinnen. Okay. Ja, verdammt. Ich muss auf den da. Okay. Ist der in der selben Sekunde geplatzt? Nee, oder? Hatte ich jetzt gerade so viel Glück. Das sah so aus. Bist du das? Nee. Ich prügel mich gerade mit einem. Oh nein. Und komm, ja, abgegeben. Sehr schön. Bitte lasst mich einfach. Und ja, weggeheated. Och. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Einer ist AFK mit dem Teil. Finde ich gut. Oh. AFK ist. Die kommen alle hoch. Die kommen alle hoch. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Hallo. Lass mich. Ich wurde hochgeheated. Perfekt. Obwohl gar nicht so perfekt. Das macht Schaden. Aua. Oh oh. Zehn Sekunden nur noch. Ich muss übertauen. Aua. Okay. Ich auch. Ich auch. Oh Gott. Oh ja. Nein. 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 Bitte. Ja, ich hab ihn noch. Ja. Oh mein Gott. In der letzten Sekunde. Ich hab nur noch fünf AP gehabt auch. Ja, ich war auch fast tot, weil ich mich zwei, dreimal hochgekickt habe. Okay, ne kleine Pause, in der wir angegriffen werden können. Der Modus heißt auch Lights Out. Okay, also. Mhm. Ich geh einfach nur hoch. Ja, ich such mir auch ein eigenes Bett. Oh oh. Oh, geht einfach weg von mir. Oh nein, ich bin runtergefallen, hab Schaden bekommen. Ich trottel. Ja. Oh, ich hab eine Katana bekommen. Was hast du? Äh, eine Rohr, Rohrzange, Dings, Rohr, Rohr, Rohr. Ah ja. Hilfe. Komm nicht zu mir, ja? Ich bleib einfach unten, ja? Kommen wir hier einfach Frieden? Oder bringen wir ihn anders und nur mich, nur nicht mich? Hallo? Hallo. Ah, da unten. Oh, da unten kämpfen, glaub ich, zwei. Die Kombi-GLP und ein Messer ist nicht gut. Ja, ich hab kein Messer. Da ist einfach random Betten hoch und schaut, ob da jemand steht. Ja, aber nicht mich, bitte. Da bist du, oder? Ja, lass mich. Oh Gott. Oh, mit deinem Schwert. Hä? Oh, lol. Da bist du safe. Warum hast du mich runtergekickt? Ich bin nur gegen dich gelaufen. Wow. Wie mal weiter überbetten. Ja, mach das. Das ist jetzt, oh Gott sei Dank. Ja, die sind da irgendwo unten rumgelaufen. Ist irgendjemand gestorben? Was, sind noch fünf Leute? Weiß nicht. Dann werde ich jetzt einfach mit meiner Bombe in die Ecke gehen und warten, bis ich tot bin, okay? Gut, mach ich. Oh, ich hab keine Bombe. Ich hab keine Bombe. Bring mir mal eine. Feuerblitz, Feuerblitz. Ja, ja, das passt. Das passt sehr gut. Yo, ich bin halt an ihm dran, aber ich treffe ihn nicht. Ah, danke. Ich biete hier gerade absolutes, krankes Gameplay. Oh, ich hab die Bombe hinter mir nicht mehr. Opfert euch für Zombie. Ey, die Stelle ist so unfair, ne? Komm nur nicht zu mir, bitte. Oh, hi Zombie. Hallo. Kannst du bitte weggehen? Du bist ja so ein... Er hat sogar dich gehauen. Ey, du bist ja... Da, ich seh den Schatten hier drin. Hi. Ey, du. Oh Gott. Ja. Tschüss. Nicht mit mir. Oh, oh. Ich werd so platzen. Du kleine Ratte. Du kleine... Du kleine Ratte. Oh nein. Ja. Hab ich dich. Au. Geh zu. Ja. Irgendwem anders wollte ich gerade sagen. Ich hab dich. Oh, du kleiner Verräter. Ey, das war so ein Karma-Move von dir. Ja, aber wirklich hab ich halt auch zu dir gestellt. Hier ist er. Schau mich mal ins Finale zu achten. Ach, du Heiliger. Zu dritt. Aber es gibt nur drei Plattformen. Okay. Soll ich einfach rennen? Du kannst entweder... Ja, wenn du rennst, Du riechst halt alle den Weg. Ja. Kannst halt auch gucken, einen runterzuschubsen. Ja. Und danach kannst du rennen. Ja, stimmt. Okay. Ich warte erstmal ab. Und geh dann. Rechts ist falsch. Ja. Ich geh einfach. Tschüss. Bitte. Ja. What? Der andere ist runtergefallen. Ich hab... Ich hab's geschafft. Was ein Gamer. Oh. Warte, was passiert, wenn ich das mach? Wow. Ah, okay. Ich leb noch. Alle... 42 Millionen. Wuhu. Ja. Ah, einfach der Squid Game, Crab Game Master. Okay. Dann würde ich sagen, bewettet sehr gerne das Video. Schaut in die Beschreibung. Da ist einiges verlinkt. Bis, Daniel. Euer sehr reicher Schmenjuel. Tschüssi. Bis dann. Ich bin nur der Mü Olá. Ioan. Wenn. Ja. Aber da jetzt ich bin. Ich bin? Ich bin nur der Kerens. Vielen Dank.